Hallo zusammen, Testbericht Fujifilm X106. Ich habe schon ein erster Eindruck-Video dazu gemacht, den du vielleicht angeschaut hast, wo ich auch einen Haufen Bilder gezeigt habe, um zu zeigen, wie flexibel die Kamera ist. In diesem Video gehe ich ein bisschen ausführlicher drauf ein und nehme ein bisschen mehr Zeit für die Spezialitäten der Kamera. Ich war damit jetzt eine Woche in Norwegen unterwegs. Ich habe sie davor schon ein paar Wochen gehabt und habe sie inzwischen sehr breit eingesetzt für diverse Sachen. Und da reden wir drüber, wie flexibel oder wie eingeschränkt ist man damit, was gibt es für Alternativen eventuell. Sollst du dir jetzt lieber eine gebrauchte V kaufen oder die neue kaufen, da wirst du wahrscheinlich 1000 Euro Unterschied haben ungefähr, je nachdem, was für Angebote du findest. Das ist eine ganze Menge und die Frage ist halt, ist sie so viel besser? Da reden wir drüber, für wen das sehr viel besser ist und für wen das eventuell nicht der Fall ist. So, Gehäuse ganz kurz. Die ganze Serie ist sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Da ist viel Metall dran, dadurch ist sie ein bisschen schwerer, als man vielleicht vermutet in der Größe, aber das ist gut. Sie fühlt sich einfach, deswegen fühlt sie sich so hochwertig an. Das macht den Charme der Kamera schon auch aus. So ein bisschen Retro-Bedienung, ich habe viele Drehregler und so und halt dieses Metallgefühl. In Norwegen war es jetzt ein bisschen doof, weil Metall bei Frost ist halt immer so kalte Finger. Weil die hat, das muss ich sehr deutlich sagen, ich habe so Metzgerfinger, die Bedienung ist halt schon sehr filigran und das geht mit Handschuhen nicht. Also ich kann Fotos machen natürlich, aber ich kann nicht ins Menü gehen oder sowas mit Handschuhen an. Das heißt, ich muss sie mit bloßen Fingern bedienen, auch bei Frost und das ist ein bisschen der Nachteil in der speziellen Situation gewesen. Aber ansonsten, Gehäuse ist einfach sehr, sehr hochwertig und durch diese Einstellmöglichkeiten kommt so dieses Gefühl von Kontrolle. Ich fühle mich mehr wie ein richtiger Fotograf, weil ich die Blende mit dem Drehregler einstellen kann, weil ich die Verschlusszeit von Hand einstellen kann und so. Also das haben die einfach sehr, sehr gut gelöst. Auch der Sucher ist hochauflösend genug, um damit wirklich gut gucken zu können. Das Display ist hochauflösend genug, um Bilder so ein bisschen beurteilen zu können. Ich habe nicht viel Sonne gehabt, aber man kann es in der Sonne ablesen. Das geht soweit gut. Ich kann das Display komplett hochklappen. Wenn du also jemand bist, der aus dem Bauch fotografiert, dann kannst du das. Wenn du auf Konzerte gehst und von oben runter fotografieren möchtest, kannst du das auch, weil man das halt eben so machen kann und so. Also das haben sie gut gelöst. Und sie geht nicht nach vorne. Das ist so ein emotionales Thema. Der eine liebt das, der andere mag es nicht. Also man kann nicht nach vorne klappen. Und das war es im Grunde so ein bisschen. Also einfach solide. Da haben sie auch nichts geändert, meines Wissens. Sondern das ist wie der Vorgänger auch. Also nach dem Motto, was gut ist, kann man gut lassen. Klar, noch besserer Sucher, noch besseres Display. Ja, klar, hätten wir genommen bei dem Preis. Aber es schränkt einen Null ein. Also ich hatte kein Mal das Gefühl, oh Mensch, jetzt konnte ich nicht richtig erkennen, was ich da eigentlich mache. Man hat einen Glassucher. Da kann man umschalten zwischen digital und Glas. Ich kenne einen Haufen Leute, die eine der Vorgängervisionen hatten. Ich hatte auch schon mehrere Vorgängervisionen. Niemand benutzt den Glassucher. Ich bin mir sicher, irgendjemand macht das, der das von früher noch gewohnt ist. Aber alle Leute, die ich kenne, sind digital unterwegs und nutzen ausschließlich den digitalen Sucher. Aber wenn du ein Glas-Fan bist, kannst du. Und du kannst tatsächlich jetzt durchgucken. Ich kann die Kameras aus, ich kann durchgucken. Hab den Glassucher. Aber vorsichtig, der geht halt nicht durchs Objektiv, sondern geht hier oben durch. Das heißt, ich gucke am Objektiv. Ich sehe das Objektiv tatsächlich in dem Sucher drinnen. Das heißt, ich sehe auch nicht das ganze Bild, weil das Objektiv im Weg ist. Also da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber für einige ist das ein Vorteil. Dann Sensor. Der Sensor ist neu. Wir haben 40 Megapixel gegenüber, aber der Vorgänger hat, weiß ich gar nicht, 26, glaube ich. So, ich habe ein bisschen rumgefragt. Der Felix Röse hat die V. Der hat gesagt, das wäre jetzt aber kein Vorteil, sondern eher ein Nachteil, weil größere Dateien. Der Felix ist jemand, der fotografiert extrem hochwertig Profifotograf. Der macht, ich mache ein Bild, wir sitzen nebeneinander, ich mache ein Bild. Er macht zwölf Bilder von dem selben Bildausschnitt, weil er ein Fokus-Stacking macht und auch eine Belichtungsreihe macht, um wirklich maximal das letzte Quäntzchen an Bildqualität rauszuholen. Und er hat eine Canon R5, die also sehr leistungsfähig ist. Und trotzdem macht er mehrere Bilder, um wirklich nichts zu verschwenken. Also der ist wirklich so ein richtiger Qualitätsnerd. Der fotografiert einen JPEG mit der Mix 100V, weil das ist gut genug für ihn, sagt er. Nicht als Arbeitstier für seine Auftragsarbeiten, der macht viele Aufträge, sondern tatsächlich für die Spaßfotos. Und da bin ich dieselbe Meinung. Der Sebastian Meinhold, der hat die X100V, der hat mich angerufen und gefragt, wie ist das mit der neuen Kamera, lohnt sich das, soll ich ein Update machen? Und er hat Sorge vor den 40 Megapixeln. Also der Sensor mit mehr Megapixel ist für uns Profis häufig ein Nachteil. Weil wir wissen, für uns ist das eine Zweitkamera, eine Spaßkamera für die Spaßfotos und 26 Megapixel, 24, 30, egal, spielt keine Rolle. Die Verarbeitung ist sehr schnell, die Dateien sind ziemlich klein und das ist mehr als ausreichend für den Privatgebrauch, für die Schnappschüsse. Und ich kenne niemanden, der damit professionell arbeitet. Ich bin mir sicher, es gibt es, aber ich kenne niemanden. Aber in meinem ersten Eindruck-Video waren diverse Kommentare, die sich über den 40 Megapixel freuen, weil sie kroppen wollen, zuschneiden wollen. Weil ich habe nur 35 Millimeter, der Ausschnitt passt halt nicht immer. Also ich zeige dieses Foto, da bin ich am Eisbaden im Atlantik und der Felix wollte sich die Füße nicht nass machen und ist nicht ins Wasser gekommen. Und man muss ein Stück rausgehen, bis ich wirklich im tiefen Wasser bin. Und das heißt, ich bin sehr klein auf dem Bild. Ja klar, ich habe 40 Megapixel, ich kann zuschneiden und dann sieht man auch, dass es der Stefan ist und nicht irgendjemand anders. Okay, das war das eine Foto, das ich in der einen Woche hatte, wo ich gerne zugeschnitten hätte oder zugeschnitten habe. Das musst du selbst wissen, wie wichtig das für dich ist, wie weit du Fotos damit machst, die du in sehr groß drucken möchtest oder wo du häufig doll zuschneidest, sodass du sagst, du brauchst die mehr an Megapixeln. Der Sensor rauscht schon ein bisschen, da war ich ein bisschen enttäuscht von. Es ist sehr unterschiedlich. Ich zeige dieses Foto, das rauscht gar nicht. Also da sieht man gar keinen Rauschen. Total gut, wirklich total gut. Und dann zeige ich dieses Foto, wo wir erst gesagt haben, beim durchgucken, da sitzt der Fokus nicht. Und dann erst beim genau hingucken, doch, ich glaube, der Fokus sitzt, aber das ist dermaßen matschig. Also je nach Situation rauscht der Sensor ziemlich doll oder gar nicht doll. Weiß nicht, so ein bisschen. Auch die JPEG-Engine, also wenn du JPEG-Fotografierst und du hast großes Rauschen drin, dann ist die Reduzierung nicht sehr gut, ganz ehrlich. Also man kann es stark reduzieren, kann man auch einstellen, aber es wird schnell matschig. Das machen andere besser, ganz ehrlich. Also Nikon, Sony können das besser. Da kommen JPEGs raus mit hohen ISO-Werten, wo du einfach nicht siehst, dass der Rausch reduziert wurde. Also total gut geworden. Und schon seit Jahren. Da hängt Fuji ein bisschen hinterher und vorsichtig immer bei Fuji. Fuji, die mogeln so ein bisschen. Wenn ich das sage, werde ich total beschimpft, aber es ist halt einfach so. Das kann man sich einfach feststellen. Das ist auch kein Geheimnis. Fuji selbst sagt das so halb. Nicht ganz, aber so kein Tor. Folgende Situation. Du machst hier im Studio ein Foto mit verschiedenen Kameras. Dann kannst du dieselben Werte einstellen und kommt dasselbe Foto raus von der Belichtung her. Das ist bei allen gleich. Nur bei der Fuji nicht. Bei der Fuji ist das Bild deutlich dunkler. Ungefähr 0,7. Das heißt, das rauscht weniger, weil ISO niedriger ist. Bild dunkler. Aber wenn du es genauso hell haben willst wie bei der Sony, dann musst du es heller machen, denn rauscht es mindestens so oder sogar mehr. Deswegen täuscht das ein bisschen. Der Trick dahinter ist, dadurch, dass die Bilder ein bisschen dunkler sind, sehen die häufig besser aus. Sie sehen häufig kontrastreicher aus. So dass man denkt, das ist aber kontrastreich. Und dann, ja, aber vielleicht doch ein bisschen dunkel, oder? Dann macht man es heller. Na gut. Tatsächlich ist es so, dass ich normalerweise leicht unterbelichte beim Fotografieren und mit der Fuji mache ich eine leichte Überbelichtung rein, damit das nachher wieder so aussieht, wie ich das gewohnt bin. So, also, das heißt, Sensor, Vor- und Nachteile musst du selbst entscheiden. Bildstabilisierung, das ist neu und das ist sehr wichtig. Wenn du einen Sensor mit vielen Megapixeln hast, dann siehst du auch kleine Mini-Verwackler. Klar, je feiner der Sensor ist, desto mehr siehst du halt so Mikroverwackler, die du sonst gar nicht sehen würdest, weil die Sensoren, also die Pixel zu groß werden im Grunde. Und das heißt, der Bildschlag-Sensor macht viel mehr Sinn als bei einer Kamera mit 20 Megapixeln. Und es erlaubt dir natürlich kreativ zu arbeiten, gerade auch in Verbindung mit dem eingebauten ND-Filter. Das heißt, du kannst schnell mal eine Langzeitbelichtung machen von vielleicht einer halben Sekunde, Viertelsekunde, Zehntelsekunde. Freie Hand. Muss nicht gleich aufs Stativ gehen. Das kann kreativ sein, weil du einen Mitzieher machen willst oder weil du was fotografieren möchtest, was ein bisschen langer Zeitbelichten möchtest oder sowas. Oder auch einfach, weil du ISO runtersetzen möchtest und deswegen bereit bist, länger zu belichten, bist in der Kirche, möchtest ISO nicht so hochziehen, hast du ein Stativ dabei, dann kannst du das machen damit. Also der Stabilisator gibt dir einen ganzen Haufen Möglichkeiten. Ich habe immer ein Stativ dabei, ich kann auf Stativ gehen in der Regel, aber das macht und will natürlich nicht jeder. Also der Stabil ist gut und der ist Voraussetzung, dass man damit sehr, sehr gut filmen kann. Darauf komme ich gleich. Autofokus. Der ist viel besser geworden. Also ich kann sagen, Autofokus für meinen verrückten Hund ist tatsächlich keine Chance. Die Futschi kommt da nicht hinterher. Für mein verrückt durch die Pfütze planschendes Kind geht es hingegen. So gerade noch. Hund ist zu verrückten schnell. Hast du die Schuhe verloren? Ja. Oh nein. Ja, den musst du selbst holen. Auch wenn ich nassen Füße... Ja, nützt ja nichts. Sie sind ja schon nass. Ich habe ein Seil in der Hand. Komm, halt dich am Seil fest. Da muss ich nass sein, dann musst du mich halt wieder raus. So, ich ziehe dich wieder raus. Komm, geh hin. Schnell, jetzt hast du nassen Füße. Ich habe ein Seil. Ich habe mit dem Sebastian gesprochen, der die V hat. Er ist so halb zufrieden. Das reicht für das, was er damit macht. Halt auch so Schnappschüsse und so. Dafür reicht er bei der V eigentlich schon. Aber ein bisschen besser wäre es schon gut, sagt er. Der Felix sagt, egal, für alles, was er macht, reicht die V total. Er hat nie Autofokus-Probleme. Ich persönlich brauche den Autofokus. Ich habe eine sechsjährige Tochter, die schnell ist und sich nicht gerne fotografieren lässt. Ich habe einen Hund und eine Katze und wenn die noch miteinander spielen und so, da kommt die V nicht hinterher. Auch eine X-T5, als sie ursprünglich rauskam, kam nicht hinterher. Der Autofokus ist ja besser geworden mit diversen Firmware-Updates. Ich glaube, sie länger nicht mit der Hand gab. Inzwischen sollte das gehen. Also, da kann man jetzt wirklich gut mit arbeiten, weil es ja auch die Objekterkennung hat. Das habe ich auch so mit Schafen, mit Rehen, mit Hund, Katze, Kind, Erwachsener. Auch im Filmen. Der Felix läuft im Video hin und her oder ich bin vor der Kamera, ich bewege mich und der Autofokus sitzt immer. Und zwar auf dem Auge, wenn es so wie hier ist oder halt eben auf dem Kopfkörper, je nachdem, was da ist. Also, Autofokus ist sehr, sehr gut geworden. Total praxistauglich für alles, was man damit machen wird. Es ist keine Sportkamera. Und also für den Alltag ist das total gut. Also, der wesentlich bessere Autofokus. Aber das ist nicht für jeden relevant. Ein bisschen mühsam ist der Wechsel von der Bedienung her zwischen Mensch und Tier. Das habe ich halt jetzt häufig gehabt. Ich will meinen Hund fotografieren, ich will mein Kind fotografieren. Man muss ein paar Klicks machen. Kann man sich wahrscheinlich auf irgendwelche Function-Buttons sich so hinlegen, wenn man das halt möchten möchte. Das habe ich jetzt nicht gemacht. So, Zwischenfazit. Wenn du dir überlegst, du hast die V und überlegst abzugreifen oder du überlegst dir eine zu kaufen, dann ist eine gebrauchte V wahrscheinlich halb so teuer wie die. So, 1000 Euro Unterschied oder sowas. Und verfügbar statt nicht verfügbar, dann ist die V wahrscheinlich die bessere Lösung. Es sei denn, du brauchst halt wirklich einen guten Autofokus. weil die V ist okay und der ist gut. Also wesentlicher Unterschied. Es sei denn, du sagst, du willst halt wirklich die vielen Megapixel haben, weil du tatsächlich deine Hauptkamera, du gehst damit auf die Islandreise und willst nachher die Bilder dann groß drucken. Ja klar, dann sind mehr Pixel besser. Oder halt eben die Bildstabilisierung. Vor allem auch, wenn du damit filmen willst, dann brauchst du natürlich die Bildstabilisierung. Und dann ist es natürlich sowieso keine Frage, dass es die bessere Kamera ist. Also Felix hat wie gesagt, ganz klar gesagt, nimmt er nicht. Der Sebastian ringt noch mit sich. Wahrscheinlich hält er die Augen offen. Der arbeitet bei einem Elektronikkonzern. Der kriegt die wahrscheinlich reduziert und wird dann vielleicht irgendwann mal eine abstauben. Aber nicht sofort. Ich werde mir die bestellen. Die V kam für mich nicht in Frage. Wegen dem Autofokus und wegen der Stabilisierung. So, noch ganz kurz das Objektiv. Das ist wichtig zu unterscheiden zwischen den alten und den neuen. Seit der V ist das gleiche Objektiv wie in der V. Das ist ein neues Objektiv. Es ist nicht mehr das gleiche, was in der alten war. Es ist deutlich besser geworden. Das ursprüngliche war wirklich nicht sehr gut. Und das ist gut, nicht sehr gut. Also wenn man das zum Beispiel vergleicht mit der Leica Q3. Das ist eine Kamera, die sie so ein bisschen denselben Anspruch hat. So eine kompakte Kamera mit einer Festbrennweite. Die Leica ist Vollformat. Die ist APS-C. Die Leica ist größer. Das Objektiv ist auch größer. Es ist lichtstärker. Deutlich lichtstärker. 1.7 statt 2.0 und zwar 1.7 Vollformat. Und das ist halt nur 2.0 APS-C. Deswegen ist die Kamera und das Objektiv größer. Das Leica Objektiv ist herausragend. Das ist scharf in den Rändern bei 1.7 schon, bei 2.0 sowieso. Also es ist sichtbar schärfer. Das hier ist okay bei 2.0. Es wird schnell besser. Also wenn es dir nicht aufs Maximum ankommt, geh nicht auf 2, sondern 2.2 zum Beispiel. Das sieht man nachher nicht, aber es ist ein dick schärfer. Dazu muss ich sagen, wir hatten die V mit auf dem Alpentrip, wo wir zu viert unterwegs waren. Und da haben wir ganz viele Fotos gemacht. Da haben wir nachgeguckt. Da waren alle Bilder ohne Ausnahme auf Blende 2.0. 2, 3 Bilder waren auf Blende 4 oder sowas. Da ist einer aus Versehen gegengekommen. Sondern wir haben alles auf 2.0 gemacht. Also eigentlich müsste man gar keine Blende einstellen können. Wenn es nur 2.0 wäre, wäre auch okay. Tatsächlich ist das so. Und jetzt in Norwegen war das nicht so. Da habe ich viel mit der Blende gearbeitet. Bewusst auch. Ich fotografiere Felix, 2.0. Ich fotografiere Landschaft, 4, 5, 6, 7. Also dann drehe ich natürlich dran. Also das macht schon Sinn, dass man das kann. Aber in den allermeisten Fällen wird man da mit Menschen fotografieren und in den allermeisten Fällen auf 2.0. Und dann ist das objektiv gut. Und nicht super scharf in den Rändern. Aber für die Größe schon. Um das schärfer zu machen. Wenn ich das vergleiche mit dem Sigma-Objektiv, ja, das Sigma ist besser. Aber es ist auch viel größer. Dreimal so groß, viermal so groß. Und dann, ja klar, kann man da mehr, haben wir da mehr Möglichkeiten. So, dann vielleicht noch der Bildwinkel. 35 mm Bildwinkel. Das schrägt natürlich ein bisschen ein. Persönlich hätte ich gerne 28. Da bin ich ein Fan von. Felix dort auch. Ein bisschen weiter wäre ihm lieber. Aber andere hätten wahrscheinlich lieber 50. Also klar. Es ist nicht so viel Einschränkung, wie man denkt. Sondern ich konnte jetzt in Norwegen alles damit machen. Nicht das gleiche Foto wie mit 16, 35. Na klar. Aber ich habe immer eine Möglichkeit gefunden, auch ein Bild zu machen. Sondern man muss halt ein bisschen gucken. Man muss ein bisschen kreativ sein. Man muss sich ein bisschen Mühe geben. Und das macht ja auch den Teil des Spaßfaktors aus. Dass sie sich hochwertig anfühlt. Dass ich dieses retro Gefühl habe. Und dass ich mich ein bisschen anstrengen muss. Ich muss aus der Komfortzone so ein bisschen raus. Ich kann nicht so faul sein. Und dadurch, dass ich mir mehr Mühe gebe, werden die Fotos nachher besser. Oder machen zumindest mehr Spaß. Also lasse ich von dem 35 nicht verrückt machen. Das ist ein guter Bildwinkel. Und da kann man, irgendwie kann man damit alles machen. Mit 28 könnte man es besser haben. Das passt schon. Dann dies und das noch. Kleines Problem mit dem Blitz. Der hat einen eingebauten Blitz tatsächlich. Hier dieses kleine Ding. Habe ich noch nie gesehen, dass ihn jemand benutzt. Aber man hätte den. und den muss man ausschalten und den Blitzschuh anschalten. Im Menü kann man das machen. Ich habe hier den Rollei Blitz. Den wollte ich ausprobieren. Hat nicht ausgelöst. Hä? Da habe ich einen Young Nu Blitz. Ging nicht. Alles geht nicht. Also nicht Rollei ist schuld. Sondern dann haben wir mit dem Support von Rollei telefoniert und haben wir zusammen rausgefunden. Weil die kennen die Kamera natürlich auch noch nicht. Dass man also den Blitzschuh anschalten muss. Erst aktivieren muss. Keine Gleichkeit. Warum der aus ist. Habe ich noch nie gesehen. Dass man das überhaupt kann. Ist schon fragwürdig. Und warum der Standard wie sie aus ist. Keine Ahnung. So. Fazit so ein bisschen. Wenn du dir überlegst die V oder die 6 zu kaufen. Habe ich gesagt. Die 6 macht nur dann Sinn wenn du den Stabi brauchst. Oder halt eben wenn du die 14 Megapixel brauchst. So. Autofokus. Autofokus brauchst. Dann. Filmen kann man damit halt sehr sehr viel besser. Ich habe damit in Norwegen super viel gefilmt. Hatte super Spaß damit. Ist halt eine winzige Kammer. Aber ich filmt sonst die A7S III mit dem Motiv dran. Dann ist das Ding viel größer. Und das ist das kleine Ding. Und die Bildqualität ist herausragend beim Film. Also es hat ein ganz bisschen Rolling Shutter. Ja okay. Aber wenn man nicht viel schwenkt. Dann dann so freihand. Jemand erzählt was in die Kamera. Oder du willst vor Ort was zeigen. Oder sowas. Kann man damit. Das ist mega gut. Lichtstarkes Objektiv. Das ist wenig ISO rauschen beim Film. Gleichzeitig sehr geringe Kompression. Wenn ich möchte. Ich kann 200 Megabit. Habe ich jetzt gefilmt. Das erlaubt mir sehr viele Möglichkeiten. In der Nachbearbeitung. Ich habe die ganzen Looks schon. Sodass ich gar keine Nachbearbeitung machen muss. Wenn ich nicht möchte. Sondern kann fertigen Look drauf machen. Also als Filmkamera. Habe ich ein bisschen gehofft. Dass sie gut ist. Und war positiv überrascht. Wie gut sie dann wirklich war. Also hat sie total bewährt. Könnte ich jederzeit wieder machen. Die als Filmkamera mitnehmen. Als Ein-Mann-Bude. Das ist meine Kamera zum Fotografieren und Filmen. Also. Viel kleiner. Ein Gut geht dann nicht mehr. Und mit dem eingebauten ND-Filter. Bis beim Filmen. Dann nochmal sehr viel flexibler. Ich kann die Looks in der Kamera fertig machen. Ich kann hiermit auch in RAW fotografieren. Und die Looks nachher im Lightroom rauf machen. Also ich habe da alle Möglichkeiten. Das kann ich bei Leica zum Beispiel nicht. Bei der Leica gibt es viel weniger Looks. Und dann habe ich die halt nur als JPEG. Und die RAW-Dateien muss ich dann noch von der Hand nach bearbeiten. Während hier habe ich die Looks. Wie gesagt. Nachher im Lightroom drin. Ich kann hier auch. Das habe ich viel genutzt. Ich kann einstellen, dass drei Fotos gemacht werden mit drei verschiedenen Looks. Wenn du so drei Lieblingslooks hast. So ein normal, was schwarz-weiß ist und irgendwas Kreatives. Dann kannst du die einstellen. Und dann machst du immer gleich drei Fotos. Und je nach Situation passt der eine oder andere Look besser. So habe ich jetzt viel gearbeitet. Weil ich in Norwegen die RAW-Dateien noch nicht hatte. Das Update für Lightroom kam erst jetzt raus. Deswegen habe ich dann halt mit JPEGs gearbeitet. Und immer die drei Bilder. Dann hatte ich immer den passenden Look für meine Fotos. So. Also Fazit ist so ein bisschen. Aktuell kenne ich keine Kamera, die so viel Spaß macht als für privaten Bereich. Ich würde die Nikon Z8 besser. Klar. Gar keine Frage. Aber die ist halt viel größer, viel teurer mit Objektiven und so weiter. Für Profi-Aufträge nehme ich die Nikon. Oder für ernsthafte Lernstagsfotografie nehme ich die Nikon oder die Sony. Aber als Spaßkamera. Als Familienkamera. Als Alltagskamera. Als immer-Dabei-Kamera. Als immer-Griffbereit-Kamera. Also guck dir die Größe an. Und dann die wirklich gute Bildqualität. Man kann sagen, die ist zu teuer. Ich könnte doch eine kleine Fuji nehmen mit Wechselobjektiven. Ja, das kann man sagen. Dann hast du aber nicht den gleichen Spaßfaktor. Weil dieses mich beschränken müssen, weckt kreative Möglichkeiten in mir. So. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, aber ist die Leica nicht noch besser? Die kostet dreieinhalbfache, aber ist halt die Leica und so in Vollformat. Und ja, da habe ich gesagt, die Bildqualität bei der Leica ist viel besser. Das Objektiv ist besser. Du hast einen besseren Sensor mit weniger ISO-Rausch, mit viel mehr Megapixel und so. Also du hast und weitwinkeliger. Was für mich besser ist. Das heißt, die Leica ist die bessere Kamera, was die Bildqualität angeht. Für einen dreieinhalbfachen Preis ist sie auch sehr viel besser. Aber hier ist der Autofokus viel besser. Hier sind die Looks, die ich bei der Leica nicht habe. Hier kann ich, ist eine sehr schnelle Kamera. Da habe ich null Wartezeit. Bei der Leica, da bin ich ausgeflippt. Die habe ich eine Weile gehabt, dann habe ich sie wieder verkauft, weil sie mir zu langsam war. Der Hauptgrund, warum ich sie verkauft habe, war, dass sie dermaßen langsam ist. Mit dem Autofokus könnte ich noch irgendwie leben. Aber dermaßen langsam, du machst zwei Bilder und wartest und wartest und wartest. Das hast du hier null. Null Wartezeiten. Das ist für dich eventuell egal. Vielleicht bist du ein Fotograf, der sowieso nur ein Foto macht. Sorgfältig gucken und du machst das eine Foto und guckst es dir gar nicht an und gehst wieder, weil du weißt, du hast es im Kasten. Dann ist die Leica besser. Aber wenn du so ein bisschen Action-Sachen machen willst, Spaßfaktor-Sachen machen willst, ist das die bessere Wahl. Die passen noch in die Jackentasche, die Leica nicht mehr. Die ist auch nicht ganz so teuer, da hat man nicht ganz so Angst drum. Weil die Leica irgendwie auf dem Kaffeetisch stehen lassen, im Restaurant trauen wir sich ja auch nicht. Während die dann so, gerade wenn man die vielleicht ein bisschen irgendwie noch verkratzt oder ein Tape drauf macht oder so, dass sie ein bisschen älter aussieht, dann wird die vielleicht nicht so leicht geklaut. Und Spaß, Spaß ist hier wirklich, wirklich hoch, der Spaßfaktor. Ich hoffe, das war hilfreich und nützlich. Falls du die kaufst, ganz viel Spaß damit. Und nicht vergessen, es gibt eine Ziel-Foto-Edition mit dieser Gegenlichtblende und einer Daumenauflage, sodass du die Kamera besser in der Hand halten kannst. Und sie sieht mit der Gegenlichtblende halt viel cooler aussieht. Die finde ich extrem gut. Da haben wir lange rumgesucht und das von Squarehood. Die machen sehr hochwertiges Zubehör und haben es für die entschieden, weil wir im Team alle der Meinung waren, dass das die optisch attraktivste ist. Metall-Gegenlichtblende. Die kann man abnehmen mit dem Imbusschlüssel. Man muss die also natürlich nicht drauf haben. Ohne passt die natürlich besser in die Jackentasche. So. Das war's. Falls du die kaufst, also wie gesagt, bei Zielfoto-Edition über Zielfoto. Limitierte Auflage. Ich weiß nicht, wie lange die reichen. Die werden schnell weg sein. Also, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.